Durch das neue Einbürgerungsgesetz haben sich die Einbürgerungsvoraussetzungen geändert. In dem Video erfährst du die 10 Einbürgerungsvoraussetzungen, die du unbedingt kennen musst, um in Deutschland eingebürgert zu werden. Ab wann gilt das alles? Das neue Einbürgerungsgesetz ist am 27. Juni 2024 in Kraft getreten. Schau das Video unbedingt bis zum Ende, denn am Ende des Videos nenne ich dir zusätzlich 5 große Irrtümer, die falsch sind und weswegen die Einbürgerung immer wieder zu Unrecht abgelehnt wird. Voraussetzung 1, die Aufenthaltsdauer. Das heißt, wie lang bist du in Deutschland? Grundsätzlich kannst du durch das neue Gesetz schon nach 5 Jahren in Deutschland eingebürgert werden. Und für alle, die sogar ein C1 Sprachzertifikat haben, die können schon nach 3 Jahren in Deutschland eingebürgert werden. Voraussetzung 2, der rechtmäßige Aufenthalt, der notwendig ist. Du benötigst für die Einbürgerung mindestens ein befristetes Aufenthaltsrecht, kannst aber natürlich auch ein unbefristetes Aufenthaltsrecht haben, um eingebürgert zu werden. Aber Vorsicht! Es gibt Aufenthaltstitel, mit denen du nicht direkt eingebürgert werden kannst und die stehen in § 10. Diese Aufenthaltstitel, die gesperrt sind, mit denen die Einbürgerung nicht direkt geht, blenden wir dir jetzt ein. Pausiere jetzt das Video und schau in deinen Aufenthaltstitel, ob du einen dieser gesperrten Aufenthaltstitel hast. Sollte dein Aufenthaltstitel gesperrt sein, ist das auch kein Problem, dann musst du einfach nur deinen Aufenthaltstitel wechseln. Das heißt, du gehst zur Ausländerbehörde, stellst einen Antrag auf ein anderes befristetes Aufenthaltsrecht oder auf ein unbefristetes Aufenthaltsrecht wie die Niederlassungserlaubnis. Wenn du es allein ohne Anwalt machst, sage zur Ausländerbehörde, du möchtest in ein anderes Aufenthaltsrecht wechseln, das nicht für die Einbürgerung gesperrt ist. Und dann ist das Thema erledigt. Ich weiß, dass das eines der kompliziertesten Themen ist im Einbürgerungsbereich. Und wenn dir das hier zu kompliziert ist, du nicht so richtig weißt, wie prüfe ich das, ich will nicht zur Ausländerbehörde, mach einfach unseren kostenlosen Test auf migrando.de. Da wird automatisch geprüft, ob du den richtigen Aufenthaltstitel hast. Voraussetzung 3. Pass- und Identitätsfeststellung. Ein teilweise super kompliziertes Problem, das aber immer dann ganz einfach ist, wenn du einen gültigen Nationalpass deines Herkunftslandes hast. Das heißt, all das, was ich jetzt sage, musst du dir nicht anhören, wenn du einen gültigen Pass hast. Oder du hörst es dir an, teilst es mit deinen Freunden, die keinen Pass haben. Wenn du keinen gültigen Nationalpass hast, kommt es darauf an, warum hast du keinen gültigen Nationalpass und aus welchem Land kommst du. Hier gibt es diverse Möglichkeiten, auch ohne gültigen Pass eingebürgert zu werden. Hier gilt das sogenannte Stufenmodell. Dazu haben wir eigene Videos aufgenommen, die wir hier verlinken. Schau dir die in Ruhe an, aber nur, wenn du keinen gültigen Nationalpass hast. Sonst kannst du direkt mit mir weiter zur Voraussetzung 4 gehen. Voraussetzung 4. Die Loyalitätserklärung. Das Thema Loyalitätserklärung ist ganz simpel. Du musst letztendlich eine Loyalitätserklärung unterschreiben. Mehr ist es nicht. Und was unterschreibst du hier eigentlich? Vereinfacht gesagt bekennst du dich zur Bundesrepublik Deutschland und stimmst damit zu, dass du dich verfassungsmäßig verhalten wirst und nicht gegen die deutsche Verfassung verstößt. Voraussetzung 5. Dein Lebensunterhalt muss gesichert sein. Auch eine teilweise sehr komplizierte Voraussetzung. Deutschland möchte von dir, dass du dein Geld selbstständig verdienst beziehungsweise für dich und deine Familie und du nicht von staatlichen Leistungen abhängig bist. Hier gibt es ganz viele Konstellationen. Die Berechnung des Lebensunterhalts ist sehr kompliziert. Je größer deine Familie, desto komplizierter die Berechnung. Aber ich mache es sehr einfach. In fast allen Fällen erfüllst du die Voraussetzung des gesicherten Lebensunterhaltes, wenn du kein Geld vom Jobcenter, das heißt, wenn du kein Bürgergeld bekommst. Und zwar du und deine Familie nicht. Auch hier kannst du einfach unseren kostenlosen Test auf Migrandum machen. Da erfährst du in drei Minuten, ob du die Voraussetzung erfüllst oder nicht. Jetzt gibt es aber noch viele andere staatlichen Leistungen, die gar kein Problem für die Einbürgerung sind. Und welche sind das? Kindergeld, Kindergeldzuschuss, Wohngeld. Ja, mit Wohngeld kannst du eingebürgert werden. BAföG und BAB, Unterhaltsvorschüsse und natürlich auch Elterngeld beziehungsweise das Geld, was du während des Mutterschutzes empfängst. Voraussetzung 6. Die alte Staatsbürgerschaft muss nicht mehr abgegeben werden. In Deutschland wurde jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt. Dieses super komplizierte Verfahren, die alte Staatsbürgerschaft abzugeben, damit ich die neue deutsche Staatsbürgerschaft erhalte, ist erledigt. Diese Voraussetzung fällt einfach weg. Damit ist es eigentlich gar keine, aber der Vollständigkeit halber wollte ich es sagen. Da mich ab und zu immer wieder Menschen fragen, darf ich denn meine alte Staatsbürgerschaft überhaupt noch abgeben? Ja, das kannst du. Aber mein persönlicher Hinweis, zwei Staatsbürgerschaften sind fast immer besser als eine. Deswegen überleg dir gut, ob du deine alte Staatsbürgerschaft abgibst. In Deutschland ist das ab jetzt egal. Voraussetzung 7. Du darfst natürlich nicht vorbestraft sein. Warum? Der deutsche Pass ist ein großer Mehrwert, bietet große Vorteile. Aber Deutschland sagt auf der anderen Seite, wir wollen keine Straftäter einbürgern. Davon gibt es aber im Wesentlichen drei Ausnahmen. Hast du kleinere Vorstrafen, das heißt, du wurdest zum Beispiel verurteilt zu einer Geldstrafe bis 90 Tagessätze oder zu einer Freiheitsstrafe bis drei Monate, die nur zur Bewährung ausgesetzt ist, kannst du eingebürgert werden. Dazu gilt nicht Bußgeld oder zu schnell fahren. Es müssen wirklich Urteile oder Strafbefehle vom Strafgericht sein. Zum Beispiel eine kleinere Körperverletzung, vielleicht mal ein Diebstahl. Dann kannst du natürlich eingebürgert werden. Wenn deine Strafe 10% höher war, das heißt ungefähr 100 Tagessätze oder ungefähr vier Monate Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist, kannst du mit guter Argumentation trotzdem eingebürgert werden. Wenn du diesen Strafrahmen deutlich überschreitest, zum Beispiel 180 Tagessätze Geldstrafe oder drei Jahre Gefängnisstrafe, dann kannst du nicht eingebürgert werden, bis deine Strafe getilgt ist. Die Tilgungsfristen sind im Bundeszentralregistergesetz genannt. Auch die blenden wir dir hier mal ein. Im Prinzip gibt es ja Tilgungsfristen von 5 bis 20 Jahren. Regelmäßig sind es 10 oder 15 Jahre. Und hier muss dann einfach geprüft werden, ab wann du wieder eingebürgert werden kannst. Wichtig, solltest du dich mal strafbar gemacht haben und dann längere Zeit nicht strafbar, aber die Straftat noch nicht getilgt sein und jetzt begehst du wieder eine Straftat, verlängert sich die Tilgungsfrist von vorne. Deswegen begeh keine Straftat. Voraussetzung 8, du brauchst natürlich einen Sprachnachweis. Um nach fünf Jahren eingebürgert zu werden, brauchst du einfach nur ein B1-Sprachzertifikat. Davon gibt es aber Ausnahmen. Du brauchst kein B1-Sprachzertifikat, wenn du vier Jahre in Deutschland zur Schule gegangen bist und in die nächste Klasse versetzt wurdest, wenn du einen deutschen Schulabschluss hast, wenn du einen deutschen Ausbildungsabschluss hast, wenn du einen deutschen Studienabschluss hast oder wenn du offensichtlich Muttersprachler bist. Aber hier meine ich wirklich offensichtlich. Das heißt, du musst perfekt Deutsch sprechen. Zum Beispiel, wenn du zwar nicht Deutscher bist, aber hier geboren bist, dann ist das häufig der Fall. Nach drei Jahren kannst du mit C1 eingebürgert werden. Auch hier gibt es Ausnahmen. Dort nenne ich aber nur einige. Du brauchst kein C1-Sprachzertifikat, um nach drei Jahren eingebürgert zu werden, wenn du ein Fachabitur oder Abitur hast. Gleiches gilt, wenn du einen deutschen Studienabschluss hast. Im Übrigen sieht das Gesetz bei der Einbildung nach drei Jahren mit C1 vor, dass du zusätzlich besondere Integrationsleistungen brauchst. Das heißt vereinfacht gesagt, du musst entweder gut in der Schule gewesen sein, gut in der Ausbildung, gut im Studium, gut und erfolgreich im Beruf oder ehrenamtlich gearbeitet haben. Die Praxis zeigt jetzt schon, dass die meisten Menschen, die C1-Sprachzertifikate haben oder eine der genannten Ausnahmen, diese Voraussetzung automatisch miterfüllen. Deswegen bin ich da aktuell optimistisch, dass es daran nur sehr selten scheitern wird. Und schau dir hier unbedingt unser Video zu den Sprachzertifikaten an, das wir hier oben verlinken. Voraussetzung neun. Du brauchst einen Integrationsnachweis. Den nennen wir hier gern Einbungstest oder Testleben in Deutschland. Solltest du diesen Test noch nicht haben, das ist der einfachste Test, den es in Deutschland gibt. Viel einfacher als der Führerschein. Geh auch dazu gern mal auf migrando.de. Da gibt es einen umfangreichen Übungsbereich, wo du diesen Test proben kannst, üben kannst und du findest auch alle Anlaufstellen, wo du diesen Test machen kannst. Mit Adressen, mit E-Mails, mit Telefonnummern. Einige von euch brauchen diesen Einbungstest gar nicht. Nämlich immer dann, wenn du einen deutschen Schulabschluss hast oder eine deutsche Berufsausbildung abgeschlossen hast beziehungsweise einen deutschen Studiengang abgeschlossen hast. Hier ist aber wichtig, dass diese Abschlüsse kulturelle, politische oder rechtliche Fächer beinhalteten. Zum Beispiel, du hast Jura studiert. Du hast Sozialwissenschaften studiert. Schau am besten einfach mal auf dein Abschlusszeugnis. Schau, welche Fächer du hattest. Und ist da irgendein Thema dabei, das irgendwie politischen Background hast, dann brauchst du keinen Einbungstest. Und wenn es am Ende danach scheitert, mach ihn einfach. Er ist super einfach. Voraussetzung 10 ist keine Voraussetzung, das ist das Thema Unterlagen. Auch das möchte ich dir da vollständigkeitshalber nennen. Bei der Einbung musst du unfassbar viele Unterlagen einreichen. Welche Unterlagen das sind, variieren von Fall zu Fall. Ich möchte dir aber gerne einen Überblick geben, dass du schon jetzt ungefähr weißt, welche Unterlagen du mal brauchen wirst. Pausier das Video gern kurz, wenn dir das zu schnell ist, damit du den Unterlagen folgen kannst. Oder schreib sie dir einfach raus. Du brauchst natürlich einen Aufenthaltstitel, du brauchst einen gültigen Nationalpass oder ein alternatives Identitätsdokument, wenn hier eine Ausnahme greift. Du brauchst Nachweise für den Lebensunterhalt. Was kann das sein? Als Angestellter sind das immer Arbeitsvertrag, Arbeitgeberbescheinigung, Lohnnachweise, Rentenversicherungsmitteilung. Als Selbstständiger sind das in der Regel Steuerbescheide, Jahresabschlüsse, BWAs, vielleicht eine Gewerbeanmeldung. Du brauchst natürlich Sprachzertifikate oder die genannten Ausnahmedokumente, Schulabschluss, Ausbildungsabschluss und so weiter. Du brauchst den Einbürgungstest oder die genannten Ausnahmen. Du brauchst einen Mietvertrag und den Mietzahlungsnachweis, Kontoauszug. Oder wenn du ein Haus oder eine Eigentumswohnung hast, den Grundbuchauszug. Dann brauchst du in jedem Fall die erweiterte Meldebescheinigung. Gut, dass du das Video jetzt hier schaust. Das dauert manchmal ein, zwei Monate. Dann kannst du sie jetzt schon besorgen. Und wo bekommst du die erweiterte Meldebescheinigung? Von deinem Einwohnermeldeamt. Und schließlich brauchst du natürlich ein Passfoto. Wichtig, die Liste ist nicht vollständig, hat dir nur einen Überblick gegeben, welche Dokumente man fast immer benötigt. So, das war es mit den zehn Voraussetzungen. Aber jetzt kommen die fünf häufigsten Irrtümer, wo ich immer wieder höre, dass Einwirkungen abgelehnt werden, obwohl die Voraussetzungen so offensichtlich vorliegen. Irrtum 1. Nein, du brauchst kein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Das ist einfach falsch. Jeder Aufenthaltszitel geht, außer es gesperrt, habe ich dir erst im Video erklärt. Kein unbefristeter Aufenthaltszitel notwendig. Die Einbürgerung ist ohne gültigen Nationalpass immer unmöglich. Falsch. Es gibt sehr viele Ausnahmen davon. Auch dazu haben wir dir die Videos verlinkt. Schau dir die an. Du brauchst immer einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Falsch. Hier geht es um das Thema Prognoseentscheidung. In vielen Fällen ist gerade kein unbefristeter Arbeitsvertrag notwendig. Probezeit solltest du überstanden haben, aber auch mit befristeten Arbeitsverträgen kannst du eingebürgert werden. Irrtum 4. Du musst 60 Monate in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben. Falsch. Es ist bei der Niederlassungserlaubnis manchmal eine Voraussetzung, aber nicht bei der Einbürgerung. Gerade wenn du jung bist, musst du teilweise gar nicht in die Rente eingezahlt haben und kannst eingebürgert werden. Irrtum 5. Einbürgung ohne Sprachzertifikat ist nicht zulässig. Falsch. Ich habe dir die Ausnahmen genannt. Schulabschluss, Ausbildungsabschluss, Studienabschluss, Muttersprachler. Es gibt diverse Ausnahmen und das solltest du einfach wissen. Auch hier empfehle ich dir gerne nochmal unseren kostenlosen Test. Du erfährst, welche Voraussetzungen du erfüllen musst. Wir rufen dich an, erklären dir alles, damit du dich mit uns oder selbstständig einbürgern kannst. Wir wollen einfach verhindern, dass Leute, die gut integriert sind und die Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllen, abgelehnt werden oder drei, vier Jahre warten müssen, um eingebürgert zu werden. Zusammenfassung von diesem Video. Das neue Einbürgerungsgesetz ist seit 27. Juni 2024 in Kraft getreten. Die drei wichtigsten Änderungen sind für alle Einbürgerungen nach fünf Jahren, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn du ein CE1-Sprachzertifikat hast, kannst du schon nach drei Jahren eingebürgert werden, wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Und es gibt endlich die doppelte Staatsbürgerschaft, das bei vielen Menschen dafür sorgen wird, dass viele Kopfschmerzen erledigt sind. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.